In welche Richtung müsste ich denn jetzt eigentlich? Nennt ihr hier? Ah, da war ich noch nicht. Ah, da war ich noch nicht. Ja, ich schießt aber ganz schönes Zeug durch die Gegend hier. Da ist auch noch einer. Ist was hier da? Da ist doch, geht auf. Auf die andere Seite, meinst du, da gibt es auch noch mal was? Da gucke ich gar nicht hoch. Okay, noch nicht. Nochmal Lift holen. Da ist Wasser. Ach Gott. Ach doch, da kann man doch speichern. So, ich glaube, ich muss ja erstmal hier einen Doppelsprung machen. Tja, irgendwie bin ich an die Ecke geraten und tot. Ja, wenn die Kamera so schlecht ist und die Steuerung auch nicht so gut, dann macht man nicht so welche schwierigen Sachen. Dann kriegen die Leute nur Hass aufs Spiel. Tja, ich hätte auch vorher auf das Ding schießen sollen, dann wäre bestimmt was rausgekommen. Ja, ich hoffe, das ist da. Da ist der. Ahaha, fuck you. Nicht ärgern, immer schön ruhig bleiben und weitermachen und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal. Oh, ein Schulterpalter. Der ist aber mehr für ihn, hä? Was ist denn da, Schulterpanzer? S13. Ach, hab ich schon. Und warum kann er den nicht? Man muss ja immer noch mit dem Scheming, kann man nicht das irgendwie übergeben? Aussortieren zurück. Warum kann ich das nicht dem anderen geben? Das ist seltsam. Doof ist das. Irgendjemand schießt da noch auf mich. Ach, die da oben. An einem bestimmten Punkt. Auch wenn ich sie nicht sehe, könnte ich sie dann wieder treffen. Hm. Der schießt im Boden. Kann ich nicht einmal hier rauchen? Der nervt, ne? Weil er mir den Rücken schießt. Die Kamera ist echt schrottig, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, die Kamera ist schrottig. Jetzt, 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 jetzt doch. Ja, irgendwie mehr mit Glück zu tun. Irgendwie spiele ich lieber mit der. Oh, ich bin so ein bisschen mehr. Was schieße ich eigentlich noch? Komme ich da nochmal zurück? Und kann speichern? Ich glaube nicht, ne? Nein, schon. Oh, was für eine beeindruckende Statue. Den alten Beschützern von Sturmhang nachempfunden. Die Vampire mit einem Feuerstrahl braten konnten. Statuen? Ich glaube nicht. Ich bin ein Bot. Ein Laserbot. Ich werde euch vernichten. 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 Gut, dass der langsam ist. Warum soll ich jetzt hier nichts drücken? Wahrscheinlich muss... Jetzt sieht man ihn nur nicht mehr. Ja, das ist natürlich doof, ne? Fang. Jetzt muss ich hier hin und X drücken, oder was? Oder mit ihm X drücken. Verstehe nicht. Was soll das X? Ja. Ich bin nicht mehr. Ja, da hat er sich wieder erholt. x, 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 ich drück doch x hin, blöder. Verstehe ich nicht. Was muss man da machen? Was muss man da machen? Da steht vorne was von x. Was soll da blödsinn? Warum kann ich da eigentlich nicht wieder drauf springen? Könnt ihr mir hier was? Ich hab keine Ahnung was das x ist. Vielleicht muss ich ja auch ran ziehen mit dem anderen. Ja, ich werde mal versuchen. Man sieht nur nix. Ob man da ne x drücken soll oder nicht. Ja, vielleicht so. So. Das einzige was, das sind eh nur nicht Feuerfallen. Da kann ich nicht wieder sparen hier. So, jetzt den. Ran ziehen und x. Diese Wechter wurden erschaffen, um die Fürsten vor Vampiren zu schützen. So macht das Sinn. So macht das Sinn. So macht das Sinn. Ich weiß zwar nicht, warum da nur x steht. Warum steht da nicht heran ziehen? So heißt das doch. Na ja. Das reicht. Ah, fast. Gespeichert. Ah, da kommen schon die Nächsten. Wo kommt die denn her? Ich hab schon eine Stufe aufgestiegen. Ich hab schon eine Stufe aufgestiegen. Ich hab' die Zmentier hier. Ich hab' mal die Zmentier. Ah, er ist aufgestiegen. Ah, ich hab' die Zmentier. Denn, was ist das nicht? Und, was ist das? Sicher den, wie kannst du eigentlich nicht? Wie ihr ein etwas fern? Hm, du, ich bin jetzt hier. man sieht zwar nichts aber man sieht die schaden was ist denn da oben kommt man da auch hin noch einmal speichern na komm da bist du ja sie klingt sehr freundlich vielleicht sollten wir ihr trauen aus dem ist ich sexy aber die augen sind irgendwie gruselig wie schade er war so liebenswert als wir wie auch immer ich muss gehen hinab hinab folge mir jeremy wenn der fürst es erlaubt soll der stärkste mich haben das kronleuchte ist im weg ich sehe nichts das ist ja wie kegel hier so also muss ich einmal ziehen nein 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 eigentlich wollte ich ja den hier ich dachte hier kann ich kann ich den ziehen so dachte ich da steht doch x man sieht doch das x da oben manchmal ich verstehe oder scheiße ist das manchmal ich wollte die übersehen und das übersehen na komm gib mir das was war denn das soll ich mal her hier ein glänzender brustpanzer der furcht wunderbar nehmen wir doch gerne irgendwie von der erhöhten geschwindigkeit äh merke ich nichts das ist doch den den x der nicht die und dem der 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 X heißt doch ranziehen. Die Steuerung ist echt schrecklich. Schrecklich ist die Steuerung. Schrecklich. Warum schreibt ihr da X ran, wenn es dann doch nicht ranziehen ist? Außerdem wollte ich den ja und jetzt bin ich an dem da hängen geblieben. Ich habe den ausgesaugt. Scheiße. Eigentlich ist ja nicht schlecht das Spiel, aber es hat Defizite. Oh, jetzt bin ich durch die Tür gegangen. Und wieder. Die Tür ist egal. Wir brauchen schon eine Tür. Alter. Und da die Grafik der rechts am Fenster ist auch am rumzappeln und wackeln. Aber nicht richtig zusammengefügt. Könne ich da auch einfach so durch? Jawohl. Super. Tja, wie komme ich da jetzt durch? Bisschen Backe oder bin ich einfach zu dem nicht? Normalerweise ist das da und dann X. Und normalerweise muss ich das ja auf das Ziel auch noch projizieren. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Schalter. Außerdem 3D mäßig sieht das echt gruselig aus. Äh, die Perspektive, wenn ich jetzt zurückgehe. Boah, das ist überhaupt nicht real. Das ist, bah, da wird einem schwindelig bei. Weil das so unrealistisch ist. Folge der Sokobus. Die ist doch da irgendwie durch. Dann lass mich doch da auch mal durch. Da steht nur ein X. Wenn man jetzt hier vor uns zurückgeht. Schrecklich. Das ist doch... Ist doch ein... Ist doch ganz böser Backe hier. X, 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 X. Ich bin jetzt noch mal durch. Hilf ungeklüge. Er ist doch... Mirf ungeklüge. Gib mir mal durch. Mirf ungeklüge. Das ist doch ein Waltz. Das ist doch ein Kind. Schrecklich. Die ist doch ein Kind. Ich bin jetzt mal durch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es ist ein Bug. Komm, bei dem Monster, bei dem Roboter habe ich das auch hingekriegt. Gucken, dass das X sichtbar ist. Irgendein Punkt wird das X schon sichtbar sein. Na, jetzt geht es wieder weg. Vielleicht hier? Muss man weiter weg sein? Vielleicht sollte ich das Spiel beenden. Neu starten, vielleicht geht es dann. Da haben wir gerade das X zu sehen. Vielleicht so hin und wenn ich das X sehe, X drücken. Ne. Weil, das ist nur am Laufen und dann, hopp, ist er wieder weg. Vielleicht muss ich hier drauf knallen? Es gibt keine Winde, es gibt keine Stafel, es gibt kein Feld, auf das man sich drauf stellen muss. Ich muss hier irgendwo anders X... Ich muss hier irgendwo anders X... Ja... Das ist ja gespeichert. dafür fehlt mir jetzt irgendwie nur ein beenden neu starten weil es ein bug ist ja x stück am x nix tut sich xxx xx x jump und x x x xxx xx l und x der fokussiert auch gar nix das wird's nicht sein rt was hab ich noch x 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 Kann die eigentlich auch LT und X? Ach, die kann das auch. Und die hat auch gerade was gemacht. Hier, schau, da. X. Hä? Ich wusste gar nicht, dass die das auch kann. Hä? Egal. Es geht weiter. Auf ins Verliss. Kann von keinem betreten zum Handeln. Okay. Ich speichelte. Wo schießt du irgendwie hin? Aha. Dann kann sie jetzt nicht wieder zurück. Die Steuerung. Ich vergaß die Steuerung. Ist ja nicht so super. Sonst jetzt tot. Kann ich jetzt hier lang. Da gibt es doch was dickeres hier.